Es ist ja eh Ex-Arm, also wenn was passiert ist, Egg hops, ne, nicht ich? Obwohl, du bist ja eh jetzt schon hoppst, sonst hättest du die anderen nicht im Arm. Guten Mittag, meine Freunde, Leute. Ich sehe aus, wie ich aussehe, weil ich in der Schule war und ich Mittagsschule hatte und so weiter. Wir haben eine Arbeit geschrieben, also in IT, Leute. Boah, nie wieder. Ich schwöre es euch. Also ich weiß gar nicht, warum ich das gewählt habe. Es war ein freiwilliges Fach, Leute. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist eine Extrastunde Mittagsschule und ein unnötiges Fach, was ich eh nicht kann. Leute, mich interessiert sowas nicht so. Digga, ich wusste, ich war so in der Arbeit, ich wusste mal, was ein Prozessor ist. Ich war echt ein krasses Blackout. Später holen wir Egg hopp, Leute, woher und wieso, wie sie abholen. Das erzähle ich euch dann halt später, wenn es soweit ist. Und jetzt gönne ich mir erstmal ein Schokoladending. Eigentlich wollte meine Mutter mir nicht zu Nikola schenken, was Schokolade beinhaltet. Aber ich habe schon so lange keine Schokolade, wenn ich jetzt Leute jetzt wieder zeichne. Also ich bin ehrlich mit euch, ich hasse Schokolade eigentlich wirklich. Aber irgendeine Sorte von denen hat so leckere Nüsse drin. Ich weiß noch nicht, welche das ist. Jörgen. Nein. Boah, die stinkt voll. Ich schwöre. Also wir sind jetzt auf dem Weg zu Egg, weil Egg hat ja eine Infusion bekommen, weil es ja ging es nicht so gut und so weiter. Und halt, falls dann etwas auf dem Weg nach Hause passiert, dass jemand dabei ist, müssen wir die jetzt abholen gehen. Inga, sie ernährt sich von Pizza. Kuss mit. Cola. Also das, was du isst. Ja, aber ich habe meine Grenzen. Ich müsste mir Egg nicht abholen, weil ich jetzt schon längst in meinem Zimmer, Leute. Ich hätte easy Spaghetti gegessen und hätte einfach Netflix geschaut. Aber nein. Ich bin jetzt bei Egg, Leute. Also wir sind jetzt bei Egg und Egg hat eine Nadel direkt neben meinem Ohr und ich habe eine Nadelphobie. Aber ich gebe mein Bestes hier nicht in Panik zugeraten. Es ist ja eh Eggs Arm, also wenn etwas passiert ist, Egg hoffst noch nicht ich. Obwohl du bist ja eh jetzt schon hoffst, sonst hättest du die Nadel nicht im Arm. Egg geht es nicht so gut seit, ich glaube, Februar 2019. Und Leute, genau da ist sie ins zweite Lehrjahr gekommen und da hat sie Inga genau verdient, mehr Geld zu bekommen. Viel Pizza. Und eben und dann hat ihre Pizza so noch stärker angefangen, Egg. Ich habe bloß auf Pizza. Ich hoffe, du merkst, dass es jetzt wirklich in der Pizza liegt. Daher, ich erinnere mich auch einmal, habe ich Blutabnahme gemacht bei dem Arzt, Alter. Der hat mich gar nicht vorgehalten, da steht rein. Der lässt mein Blut so rauslaufen, Alter. Hä, oder? Die hat Diabetes. Ich habe keinen Diabetes. Kann doch sein. Ach, sehr, vor halb ich den Hafen noch einen Red Bull gegönnt auf Eggs. Was? Ja. Egg, wir lassen dich jetzt allein, weil wir müssen eine Parkstation, weil sonst wird unser Paket zurückgeschickt. Aber wir holen dich dann später ab, okay? Du schaffst das, wenn was isst, du hast mein Ohr. Ah, du hast kein Guter. So, wir konnten Egg doch noch abholen. Egg ist sehr glücklich. Egg, wie fühlst du dich? Wir gehen ins Essen holen, Leute, weil Egg war noch nie bei Wiener Wald, also zumindest nicht bei diesem... Ich habe das Essen. Doch, nicht bei diesem Schnellimbiss, Leute. Und ich habe damals immer so diesen schicken Popcornbox gegessen. Boah, Egg muss die einfach probieren. Egg, du musst, Egg, keine Widerrede, keine Widerrede. Egg, doch, du musst tasten, da sind auch Pommes dabei. Egg wollte zum Friseur, aber Friseure schließen morgen. Egg, ich mach dir. Nein, du kannst mir keinen schönen Ansatz machen. Nein, nein, nein. Ich traue mir, Walla für die Frage. Nein, nein. Ich haue YouTube-Tutorials an. Dein Vertrauen hat meine Haare kaputt gemacht. Nein. Deine Außerahnenblondierung hat deine Haare kaputt gemacht. Nein. Ich dachte, okay, von meinem Geburtstag war es so fresh. Jetzt kann ich wie ein Penner in meinem Geburtstag sein. Als würde ich so einen Geburtstag so richtig fest feiern. Ey, Corey, da gibt es ja gar nicht im Geburtstag. Ich bin wie ein Flusser. Du sagst, Hälfte abschneiden? Äh, Spitzen abschneiden? Ich schneide die Hälfte. Weißt du? Wer ist alles dafür, dass wir Egg und Pony schneiden? Nein, Egg niemals. Nur ein bisschen schneiden. Oh, ich komme draußen mit Pony, Alter. Ey, dafür, dass wir dich unterstützt haben bei deinen Infusionen, Kaufst du jetzt eine Popcornbox von Wienerwald? Ich habe kein Geld dabei. Popcorn, Chicken Popcorn. Was ist der Unterschied? Ich habe das in Wurfen dabei. Wir haben jetzt eine Chicken Popcorn Box für Egg mitgenommen, dass sie auch was zu essen hat, weil ich weiß, dass sie bei uns gammeln wird. Und deshalb, falls sie halt nicht mehr möchte, dann esse ich. Hey, lass mal Egg Pommes probieren. Ich will, die schmecken so geil. Ja, die suchen geil. Oh, ja, schnell. Egg hat jetzt eine neue Suppe entdeckt. Hey, das kann doch nicht sein, dass sie immer schläft. Doch, nach jedem Essen muss man schlafen. Dann hast du ein Problem. Nein, ich habe kein Problem. Ich war aber nur ein schläfriger Mensch. Wusstest du, dass das perfekte Mittagsschlaf bzw. Erholungsschlaf... Wir haben gleich 20 Uhr. Wusstest du, dass der perfekte Mittagsschlaf 26 Minuten gehen darf? Ja, du machst so drei Stunden. Ich schreie ab. Egg, früher war ich bei Ballet und ich konnte es... Oh, ich konnte Spurett. Was ist daran falsch? Du weißt nicht, was daran falsch ist. Spurett. Was für ein Mundstück, was ist das? Spurett. Wie habe ich das denn geschrieben? Egg, hol meine Pinkeln Ballettschuhe. Hol meine Schuhe. Ich habe die Pink, mit denen ich in meinen Keller gehe. Was? Die Gartenschuhe. Das sind meine Tantschuhe. Ja. Moment, Wandrätsel. Hier, Pinky Ballerina. Oh, man dreht Wäsche um. Wusstest du, dass man die Wäsche auf links dreht? Egg, wo hält ein normaler Mensch seine Lashes? In einer Box. Und woher zähle ich sie? Guck mal auf meine Wand da. Genau hier halte ich meine Lashes, weil immer irgendwie jeden Morgen, nachdem er gegangen ist, ist mein Schminktisch so durcheinander. Und dann finde ich meine Lashes nie, oder die sind irgendwie weg oder so. Deshalb habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ich die immer auf die Wand klebe. Und halt, wenn ich zu müde bin, um mich abzuschminken, wenn ich meine Lashes abmache, habe ich die hier auch an meinem Bett. Was? Ja, halt, wenn ich vielleicht mal kurz schnell losen muss, oder so. Dann habe ich hier immer ein paar Rad welche. Warum bist du auch eigentlich immer Brot, so wie Egg? Dicker, die hat mich eingesteckt, da oben. Ich muss immer Sachen kaufen, aber keine Sorge, keine Sorge. Ich habe Reserve. Wir müssen das erzählen. Also ihr wisst ja, Egg ist ein bisschen crazy. Die hat manifestiert wegen TikTok und so. Was? Wegen TikTok? Ja, ich meine, ich habe... Hast du TikTok gelernt? Ich meine, es fehlt... Manifest... Wie spüren wir das aus? Manifestieren. Ich meine... Ich möchte eine gute Note in Geschichte. Ich möchte eine gute Note in Geschichte. Stopp! Das Erste... Falsch, falsch, falsch. Oh, falsch, falsch, falsch. Das Erste... Du darfst nicht sagen, was du haben willst. Das hat weh, achso. Du darfst es nicht machen. Ich habe eine gute Note in Geschichte. Hä, was denn? Du kannst es nicht, meine... Ich lerne einfach. Ich habe mein Geschichtsaus nicht dabei. Du musst... Hä, das klingt jetzt wie ein Eggart-Konfurt. Was? Dein Handy in der Ex-Ass? Nee. Das kommt von der Ecke. Das hat nichts mit Bett zu tun. Jogi, wo ist das? Da, in der Spiegel oder so. Safe. Oh, ich habe irgendwas gefunden. Jesus. Genau, ich bin so. Da unten. Wir gehen jetzt in ein Eggzimmer und holen ihre Glühbirne, Leute. Weil die benutzen sie nicht. Und vielleicht ist es eine Farbglühbirne. Okay, dann kann ich sie benutzen. Hä, aber das soll ich auch farben? Nur auf einer Glühbirne, eigentlich auf beiden. Ich verstehe es nicht, Alter. Oder ich kann mir vorstellen, dass Egg die normale genommen hat, wegen weniger Preis. Der Baum ist da. Du musst aber nicht verbinden. Echt jetzt? Oh, Gott. Ich glaube, ey, du hast die billigste von allen. Digga, die ist ja billiger. Die hat ja die Hue White White Dings. Digga, das Einzige, was man damit machen kann, ist einfach nur verbinden. Und an- und ausmachen. Du kannst nicht mal verschiedene Farbtöne erwähnen. Ey, du bist so billig. Heus hier, gell, Leute, wir waren zwei Stunden wandern, okay? Wie ist der Digga? Mein Lehrer hat uns versprochen, er hat versprochen, Leute. Er hat gesagt, versprochen, okay? Dass wir nicht durch Weinreben laufen werden. Wir haben es verlaufen, okay? Der so, ja, keine Saukinder, wir müssen hier nicht runter. Er sagt, lauscht einfach weiter gerade aus. Wir sind weiter gerade ausgelaufen. Weinreben, nur Weinreben. Wir mussten die wieder runterrennen. Und meine Schuhe, Leute. Ihr seht meine Hose, guck mal, meine Hose. Meine Hose, ich habe mich eingekackt. Meine Masken, die waren immer so nass. Guck, ich hatte erste Stunde, dass ich Maske an, okay? Ganz normal, wir sind Weinrein gegangen. Und da musste ich nach 10 Minuten wechseln, okay? Weil du hast schon sehr fleck gesehen von meinen Speicheln, okay? Ja, Digga. Was hast du da bitte gemacht? Geatmet. Life-Fick von mir. Trauben waschen. Nein. Ist niemals zu viel Trauben am Abend, Leute. Sonst könnt ihr nicht mehr schlafen. Ich habe gestern ganze Packung gegessen. Ich habe es gehört. Und kleiner Tipp von Egg, Egg, sag mal hallo. Ich bin nicht gehört, es war so leise. Und kleiner Tipp von Egg, ist kein Obst und Gemüse. So landet ihr an für Infusion, Leute. Einfach nur Burger und Pies, dann landet ihr an Infusion. Wir haben ja Kerne. Boah, stell dir vor, es gibt Dinge an, so Kameras, die den Geruch wiedergeben. Mann, das ist meine größte Angst. Leute, stellt mir mal vor, wir haben so Riechser in unseren Handys eingebaut, also mit denen man Gerüche verschicken kann. Und ihr habt euer Zimmer, riecht richtig eklig oder seid auf dem Klo und so. Verschickt einfach so irgendeine Ecke. Okay. Und dann hast du auch so, wie es in diesen Riechserien so anders riecht. Deine Freunde, wie das riecht, diga. Ich verstehe auch sehr gerne Rundsnap auf dem Klo, gell. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben auch im Klo diese Pflanze, gell. Ich klicke immer mein Handy auf die Platte, so dass die Pflanze, dass die Pflanze halt oben ist. Dann habe ich halt Innenkamera auf. So ein bisschen, dann sieht es voll gut aus. Und dann verschickt ihr das als Rundsnap, Leute. Und euer Crush kriegt es auch, Alter. Eröffnet das und das erste, was du riechtest, ist ja Wave, gell. Boah, das wäre echt eklig. Hä, glaubst du, es gibt England oder so? 100%. Stellt euch mal vor, ihr seid so in einem Ecke Zimmer, okay. Und ich mache so eine Instagram-Store und dann riecht man das, okay. Und dann kann man doch, ihr wisst doch, ich kann das jetzt ein Pimpetentool da. Wo man auswählen kann, welche Farbe, okay. Stell euch mal vor, man könnte so auswählen, welcher Geruch im Raum das auswählen sollte. Weißt du? Verstehst du, wie ich meine? Stell dir vor, da ist so ein Kackhaufen und ein Baum. Und dann drückst du, dann machst du diese Pimpetent auf den Baum. Und dann riecht nach Bäumen. Dann braucht Ek einfach nur eine Pflanze und schon riecht es in ihrem Zimmer gut. Stell dir vor, sie machen Instagram-Store. Nein, nein, so wie das ist, soll man riechen. Und du kannst nicht auswählen. Beides ist möglich. Nein, bei Ek ist extra die Funktion weg, wie man... Ich bekommst du nicht. Ja, die kommt alte Update von Instagram. Sagt mir, wie wir dieses Zimmer vom Geruch her einschätzen. Ehrliche Meinungen, jetzt in die Kommentare. Der, der am nächsten ist, wird im nächsten Video erwähnt. Also Leute, wirklich, bitte schätzt es gut ein. Schätzt, wie wir diese Ecke riechen. Oder doch diese, oder doch die hier. Ich weiß es nicht. Schätzt die Gerüche jetzt in den Kommentaren ab. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Oh, 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 oh